Hey Leute, was geht? Ich bin einfach willkommen zu einem neuen Video! Leute, wenn die Spieler günstiger haben wollen, dann schau mal mein Partner in Zit Gaming vorbei! Aber Leute, mein Haus ist wieder alles wunderschön, guck mal euch das an, ich hab meinen Fernseher, ich hab meinen Kühlschrank. Leider hat mich hier das Geld nicht mehr versteckt, aber ich hab gestern wieder Geld verdient, deswegen ist wieder alles gut, Leute. Ich muss mich eigentlich jetzt mal endlich rächen gehen, der muss eigentlich sehen, der hat mir alle meine Dias weggenommen. Aber jetzt wird der Sinn! Warte mal, das war auch, glaube ich, schon im gestrigen Video, oder? Oder vorgestrigen? Das sah so ähnlich aus, lol, was ist denn das jetzt hier? Einfach so viele bunte... Nein, ist denn hier die Verwandelmaschine? Früher war die doch immer in meinem Haus! Die war doch immer in meinem Garten, da unten ist die da nicht? Nein, die Verwandelmaschine ist da nicht, Leute, okay. Dann muss das irgendeine andere Verwandelmaschine sein. Warte, ich geh mal kurz rein, guck ich mir da drin an, was man hier sehen kann. Hä? Hier ist einfach nur viele bunte Blöcke und ein goldener Block mit einem Knopf, Leute. Soll ich den drücken, oder soll ich erst zur Ente gehen? Leute, wisst ihr was? Ich drücke ihn einfach jetzt. Ich werde Ente überraschen. Hoffentlich werde ich reich. Bitte werde ich wieder Millionär. Drei, zwei, eins, let's go! Hä? Leute, was ist hier passiert? Leute, meine Herzen gehen gerade voll. Was ist hier passiert, Leute? Was habe ich in der Hand? Ich sehe es überhaupt gar nicht. Leute, ich sehe meine Hand nicht mehr. Ich mache meine Tür auf. Leute, was geht hier ab, Mann? Hä? Warte, ich gucke... Lol, wie sehe ich denn aus? Ich bin ein... Wie heißt das? Mutant-Zombie geworden, oder? Und ich habe jetzt ultra viele Herzen und hier ein Zombie-Lol. Ich habe hier einfach Zombie-Fleisch, was ich werfen kann. Und ich glaube, das ist sogar richtig stark, Leute. Oha, warte, kann ich das wieder abbauen? Versuche ich das gerade abzubauen, Leute, aber irgendwie geht das nicht. Ah, ich kann das wieder aufheben, glaube ich. Aber oha, Leute, soll ich jetzt so zur Ente gehen? Denn ich wollte heute jede Minute da einen anderen Mob verwandeln. Und das ist glaube ich schon richtig heftig. Leute, ich werde heute jede Minute ein anderer Mutant sein. So, wir gehen jetzt einfach mal zur Ente rein. Ist eine Tür wie immer offen? Ja, ist sie? Das ist ein Fehler. Komm, Leute, wir gehen jetzt einfach mal hier rein und gucken, wo der ist. Ja, warte mal. Warte, gucken wir mal in seinem Zimmer hier oben. Vielleicht ist der hier. Nein. Oh mein Gott, Leute, wie muss das aussehen? Hier als Zombie einfach. Okay, warte, ist der vielleicht hier um die Ecke oder so? Oh, da ist der, Leute. Oh mein Gott, ich komme jetzt in drei Sekunden. So, drei, zwei, eins. Und was geht? Alter! Was geht, Junge? Junge, Alter, was geht das? Oha, die müssen richtig viel Schaden machen, diese Zombie-Gehörne. Ich muss einfach treffen, komm schon. Alter, was ist da los, Junge? Leute, ich glaube, das zieht sie im Herzen oder so. Oh, was? Was, die Tür hält das aus? Okay, ich schieße anscheinend gegen die Tür. Okay, jetzt hat er einfach keine Chance mehr. Das war's. So, ich werfe sie auf ihn. Komm, ich muss treffen. Ich muss weg hier, Alter. Nein, ich treffe dich, Leute. Ich bin richtig schlecht. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ich habe so lange gel... Oh, oh. Hä? Leute, mein Name steht da unten. Oh, oh. Warte mal, Alter, ich wurde gar nicht von einem Zombie gekillt. Hä? Oh, Leute, ich gehe jetzt schnell weg. Ich gehe schnell herum, steht da unten ein Verschein, Junge. Ich wurde verraten von dem Spiel. Was? Ähm. Hau an, Alter. Ich helfe dich auf. Hey, Junge, du bist das, Alter. Jetzt geht's da schon wieder. Leute, ich muss schnell wieder in die Maschine gehen. So, ich gehe einfach lieber nochmal schnell rein. Warte mal, Alter. So, drei, zwei, eins. Oh, da. Hä? Nein, Leute. Was passiert? Meine Zombie-Dings-Fleisch-Sachen sind weg. Aber ich habe hier neue Sachen. Guckt euch das an. Alter, hallo. Bist du jetzt da, Junge? Oh, mein Gott. Ich bin ein Enderman. Leute, was geht's? Was habe ich hier für Spawn? Oh, ja, warte mal. Kann ich... Ich kann doch das hier machen, oder? Ich glaube, ich kann nicht teleportieren. Ich werde, Ente, so fertig machen. Junge, es geht ab. Hilfe. Jetzt werde ich Blöcke auf den werfen. Warte, wie ging das nochmal? So, wo ist die, Ente? Jetzt werde ich Blöcke auf dich. Komm her, Mann. Junge, du hast mir in den Kopf getroffen. Warum ist das so aggressiv? Ist das einfach, oder was? Ente, ich werde dich, ich werde dich machen. Komm her, Mann. Ente, ich werde wirklich einfach auf, Junge. Ente, was geht's? Was habe ich denn getan? Die Verwandelmaschine funktioniert noch. Hier, guck mal, ich bin jetzt in der Welt. Ich habe richtig krasse Items. Guck dir das mal das hier an. Ich muss da auch rein, Alter. Nein, Ente, nicht reingehen, Ente. Nein. Oh, Leute, Ente ist reingegangen. Was tut mir denn jetzt aus dem? Nein. Er hat den Knopf, glaube ich, gedrückt. Oh, oh. Hä, Ente? Die Tür ist aufgegangen. He, he, Ente. Hä, Alter, Junge, ich kann das mal schicken. Warum hast du mir nicht geklampt? Hey, ich habe so goldene Klospiegebeine, Alter. Ja, du bist eine goldene, Ente. Du bist gar keine Normale. Die Normale ist doch so Gold und so. Junge, jetzt bin ich mehr als 2 Euro wert. Ja, Mann, du bist jetzt keine Ahnung, wie viel wert. Vielleicht 1.000 Euro, Ente. Aber guck mal, ich habe hier so Spawn-Eier noch. Oha. Die wollen dich doch schnell testen. Oha, was ist das für Endermänner? Ich kann so Regenbogen-Endermänner spawnen. Okay, das sieht krass aus. Was passiert, wenn man die anguckt? Oh, die werden wütend. Und ich glaube, die sind diesmal richtig stark. Junge, die sind richtig kiltet, Alter. Aber da muss doch mein Kollege eigentlich sein. Hä? Oha, der ist ja richtig gefährlich. Nein, pass auf, Junge, die sind so krass. Der hat mir gerade richtig viel Schaden gemacht. Oha, greife ich bitte nicht an, bitte, Endermann. Oha, ich muss noch mal in die Maschine rein. Oh mein Gott, das geht doch nicht. So, ich muss jetzt schnell wieder in die Maschine unbedingt. So, mit dem Zauberstab hier. Warte, das ist auch eigentlich cool, aber egal. Ich gehe jetzt in die Maschine. Warte, ich habe mir noch einen neuen Endermlöck. Habe ich gar nicht gesehen. Guck mal, Ente. Egal, ich gehe jetzt rein, bevor ich angriffen werde. Oha, das ist so zu gern, oder? Ja, ich komme jetzt auf sie die an. So, ich drücke den Kopf. Drei, zwei, eins, äh. Nein, schon wieder. Hä? Ich habe richtig viele neue, krasse Bögen. Ente, guck mal. Hä? Was geht? Ich bin ja voll der Riesenskelett. Wie groß du bist, Juni, ich kann gar nicht nach oben sehen, Alter. Ich bin ein Mutantskelett geworden, aber richtig unpeak. Krass, Mann. Du bist ein krass Bögen. Ich habe viele neue Bögen. Ente, hier, probier mal den hier. Auf, Alter. Ente, ich glaube, das ist gut, das ist nicht so gefährlich. Aua, du hast mich getroffen. Aua. Hast du keine Fake bekommen, oder so? Juni, ich kann auch was, Alter. Denk nicht. Ich kann mich wehren. Wie kannst du nicht wehren, Ente? Komm her. Hä, was warst du da? Eier? Nein, Mann. Was ist das? Keine Ahnung. Hör auf damit. Was geht? Oha, ey, du machst Explosionen auf damit. Aber was haben die hier für einen Bögen? Random Bowen? Was machen die? Die schießen irgendwie alle gleich. Das ist doch gar kein Unterschied. Ich benutze gerade alle Leute. Irgendwie sehe ich bei keinem großen Unterschied. Ich weiß nicht. Oha, der schießt, glaube ich, ganz schnell und ganz weit. Warte, zack. Ich triff mich eh nicht, Alter. Oha, okay. Ich glaube, die sind schon ein bisschen stärker als die anderen. Jungen, du triffst mich eh nicht. Ich treffe dich nicht, Alter. Okay, komm her. Getroffen. Getroffen. Komm her. Das schießt ja richtig schnell, der Bogen. Das ist krass, okay. Aber ich weiß, das Skelett ist, glaube ich, nicht so heftig. Ich will doch mal was. Obwohl, oha, wie hoch kann ich springen? Habe ich gar nicht gemerkt. Guck mal. Lola, du hast voll den Schrappus da einfach. Oha, ich sehe sogar auf meinem Boden so irgendwie Sprungpartikel oder so. Das ist ja richtig gut geworden. Oha. Oha, du bist halt voll die Hupftone, Junge. Hehe, aber mit einem krassen Bogen. Ja, Mann. So, noch Diamantbogen. Aber ich glaube, die sind, die schießen, glaube ich, nur einfach weiter. Okay, ich will jetzt wieder in die Maschine. Das wird mir schon zu langweilig hier. Mach das, Alter. So, ich mache die Tür zu. Und drei, zwei, eins. Hä? Was habe ich jetzt in der Hand, Leute? Was geht das denn ab? Hä? Winzer-Items habe ich in der Hand. Warte, ich muss ja erstmal die Tür aufmachen. Wie mache ich erstmal die Tür auf? Endlich. Lola, Alter, wie siehst du denn aus, Junge? Hä? Ich dachte, ich wäre ein Winzer. Warum bin ich jetzt ein Creeper? Hä? Du bist aber so ein Mutant-Creeper, Alter. Was habe ich hier? Ich habe noch so einen Creeper-Shot. Das sieht auch cool aus im Inventar. Aber irgendwie... Du kannst schon mal hochspringen, Junge. Oh, ich kann immer noch hochspringen. Dann bin ich halt ein richtig OP-Creeper. Das ist ja untrefflich. Aber was machen diese Wizard-Rods? Warte mal. Ich mache mal rechtsklick. Oha, ich mache eine riesen Explosion, Ente. Guck mal. Lass halt so auf, Junge. Ich sehe es. Und ich kann unendlich viel damit schießen, oder was? Es geht ja gar nicht leer. Let's go. Loll, die gehen echt nicht leer. Oha, nein. Ich habe irgendwo in die Schatte geschossen. Nein, das wollte ich nicht. Da ist ein Schwein. Komm her, Mann. Junge, das arme Schwein. Ich mache den fertig und zack. Ich mache dich fertig, Alter. Hör auf, Alter. Ich explodiere mich gleich. Hä, kannst du wenig, Alter. Ich weiß nicht, dieser Creeper-Shot. Ich glaube, damit geht das. Drei, zwei, eins und zack. Oha. Ich kann mich ja selber explodieren. Leute, kann ich das noch einmal benutzen? Ich dobb öfters, glaube ich. Aber nur so kleine Explosionen. Leute, guckt mich das an. Oha, ich muss, glaube ich, warten, bis sich das wieder auflädt. Guck mal, siehst du diese kleine Explosion noch? Ja, Mann, Alter. Ich sehe das, Alter. Das sieht so aus, als du tanzt, Junge. Ja, ist so. Es ist ja richtig dumm. Alter, das ist richtig cool, Mann. Oh, habe ich gerade selber getroffen. Okay, vorsichtig. Nein, ich habe dich getroffen, Alter. Ah, du weißt, das ist okay. Du bist stressig, oder was? Hä? Hey, Junge, schief. Oh, ich darf nicht mein Haus treffen. So, komm, Ente. Zack. Hey, treff dein Haus, Alter. Komm, treff es. Es muss heile bleiben, mein Haus, Mann. Aber ich gehe jetzt auch mit die Maschine, Leute. Es geht noch weiter, Mann. So, Ente, seid bereit. Drei, zwei, eins. Ah. Hä? Jetzt habe ich Schneeballe in der Hand. Ente, was bin ich denn jetzt? Lord, ich bin ein Schneeballen geworden. Oh, nee, nee, nee. Hä? Halt's ab, Junge. Aber so ein Montan-Schneemann. Und ich kann wieder hochspringen, Leute. Ich habe jetzt, glaube ich, für immer diese Funktion. Warte mal. Hä? Ich sehe gerade, ich habe sogar Schneerüstung an. Hä? Hast du echt, oder was? Snow Helmet, Snow Chestplate, Hose und Boots mit Frostwalker. Warte mal. Loll, let's ab. Hä? Und mit Frostwalker kann man auch auf Wasser laufen. Ja, oh, guck mal, da kommt überall Eis. Okay, das ist richtig cool. Warte, ich muss hier nur richtig laufen, so. Dann funktioniert das. Jetzt mache ich hier so einen ganzen Eisweg. Richtig cool. Ey, Ente, aufzuschießen. Ich habe es gesehen. Hä? Was? Hör auf damit, Ente. Ey, du machst mal einen Eisweg kaputt. Den wirst du bezahlen, Mann. Boah, das zerbricht ja auch so schon. Lol, das bleibt ja gar nicht lange. Das schmilzt direkt. Aber ist trotzdem richtig cool gemacht. Ey, Ente, okay, du bist Beef. Du kriegst Beef. Komm her, Mann. Hä? Nein, ich muss weg. No, ich kann im Wasser schwimmen. Geht das überhaupt? Ey, ein Schneemann. So, Ente, ich habe noch Schneebälle. Wo bist du? Komm her, ich will Schneebälle auf dich. Alter. Warte mal, ich muss noch einmal rein. Ich muss noch zurück werden. So, drei, zwei, eins. Leute, habe ich wieder nur ein Item? Ich bin nicht mehr schnell ab, nicht mehr Herzen. Lol, guckt mich an. Das ist doch ein normaler Mob hier. Aber ich kann mich rumschwingen. Das ist cool. Ich bin jetzt nur eine Spinne. Einfach Spider-Man mit Schwein kombiniert. Ente, was geht? Was geht? Okay, aber Leute, lasst ein Like da. Lasst aber euch, wenn euch das Video gefallen hat, shoppen jetzt vorbei. Und dann würde ich sagen, Tschüss. Tschüss.